Generalstaatskommissar von Kahr. Sie bitten mich, meine öffentlichen Auftritte abzusagen. Das heißt, Sie ordnen es an. Der Reichskanzler will die Reparationszahlungen leisten und den Versailler-Vertrag erfüllen. Man rechnet damit, dass es zu Ausschreitungen kommen wird. Von Kahr hat den Ausnahmezustand ausgerufen und sich selbst die Leitung übertragen. Er fürchtet, wenn Hitler spricht, würde das zusätzliche Unruhe stiften. Zusätzliche Unruhe stiften? Zusätzliche Unruhe stiften? Waren Sie mal einkaufen? Wissen Sie, wie viel heute ein Leibbrot kostet? 500.000 Mark! 500.000 Mark! Die Menschen brauchen Schubkern, um das Geld zu transportieren! Und er befürchtet, ich würde Unruhe stiften. Sagen Sie, Herrn von Kahr, Jetzt ist keine Zeit der Ruhe, sondern der Revolution!